Leute, was geht ab? Wir spielen jetzt Brawlhalla und ja, das. Und ja, hier ist mit dabei der Karim. Äh, Dankeschön. Okay, ich verlinke Ihnen einen Link in der Beschreibung. Karim Shehab und ja, such dir jetzt sein Skin aus oder? Äh, nicht gegen mich brechen, dass ich, äh, so. Hey, warum bist du nicht gekommen? Hey, warum hast du verlassen? Äh, du kommst? Nein, nein, du bist, du hast verlassen. Also, du kriegst. Nochmal? Nein, das weiß ich. Code ist 343. Leute, ihr könnt dabei auch schon join, es heißt, was? Ja. Drei, vier, drei. Äh, noch Musik natürlich. So was gemacht? I'm ready for better. Ich wusste, dass er so schlecht ist. Er hat angefangen. Ich bin schon lange. Wir haben gerade eben die ganze Zeit verloren. Also, ich habe schon einmal alleine gewohnt, weil er ist so. Nicht mich urteilen. Ich habe selbst gesagt, ich bin schlecht. I can't go. Ich sage, oh mein Gott, du bist los. Oh mein Gott. Ich habe es erst angefangen, nicht, dass ihr denkt. Nein, 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 nein. Ich trainiere erst so zu sagen. Ich habe gedacht. Ich glaube, der Tiger steht auf K. Okay, nein, nein, doch nicht. Ich weiß, dass er nicht weg ist. Ich habe mich nicht weggekickt. Ich habe ihn weggekickt. 8 auch ich bin durch die die so ich werde die Waffe und hole mir dafür die Waffe perfekt ne perfekt ich glaube der so wunder wird auch so der passt auf der piste die warum man du hast eben noch zwei leben wir haben insgesamt fünf leben und nur zwei ich stehe doch wohn spring ich nein ja okay jetzt haben wir viel leben ist nicht mehr so sicher tschüss so frech doch nicht zu meinem freund doch nicht ja ich hab ja weiss von rot doch was Was? Warum kickt sie mich die ganze Zeit weg? Nicht ich? Ich stirb! Okay, ich bin tot. Two versus two. Du zerstörst sie. Sie ist down. Seht ihr das, Leute, wie sie es legt? Die hat nichts anderes als diese Waffe. Die wartet auf dich, die käme. Stimmt! Kann ich noch mal den Computer wechseln? Was? Oh nein, das wird nicht lecker. In diesem Video spielen wir vielleicht noch Two. Und wieder aufkommen. Bei Two bin ich auch schlecht, habe ich auch erst angefangen. Oder sollen wir Fortnite trainen? Ja. Ja. Ja, du hast gewonnen. Tschüssi. Ciao Leute. Nein. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.